Als das dritte Zeitalter anbrach, machte der dunkle Lord Sauron den grausamsten der Nachfahren der schwarzen Numenora zu seinem Verbündeten, Agandar. Jetzt rüstet dieser schwarze Magier zum Angriff auf Bruchtal und will sich den Truppen Saurons in ihrem Feldzug gegen Rohan und Gondor anschließen. Ranger des Nordens, Loremaster aus Bruchtal, Champion von Erebor. Gemeinsam müsst ihr euch hinter feindliche Linien begeben und seine dunklen Pläne aufdecken. Bevor ganz Mittelerde verloren ist. Der Herr der Ringe Der Krieg im Norden